Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RSFC Köln, Bundesliga 2017-2018, 90 Spieltag, RSFC Köln gegen Werther Bremen, Entgibnis 0 zu 0. Startelf, RSFC Köln, Horn, Timo Horn, Olig Whisky, Macha, Macho, Heinz, Rausch, Judik, Oskan, Soler, Bedingkurt, Osako, Guizari, Startelf, Entschuldigung, Startelf, Werther Bremen, Baflanka, Gebrez, Selassie, Sané, Moisander, Augustin Sen, Ecklstein, Deliany, Partels, Jojoon, Sofik, Kainz, Bely V. Diel, das war's von RSFC Köln gegen Werther Bremen, 15.01 Uhr. Gebrez, 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 Gebrez